einen wunderschönen wünsche ich euch herzlich willkommen zurück zu dead by daylight killer line ich dachte das letzte mal es wäre die schädelhändlerin aber nein ich habe den guten ritter vergessen ich habe ihn vergessen wir können ein bisschen was anderes anziehen ich habe zwar nicht alles freigeschalten aber bisschen was soll das habe ich gemacht ein stückchen trinken das heißt die nächste folge wird dann mit der schädelhändlerin naja 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 oh habe ich aber was mitgenommen ja was ist das maries brief irgendein mapwunsch die mähnen gerade rasen bei uns ich hoffe ich höre das nicht so sehr es ist kein ausschlag als dürfte er das nicht vernehmen oh nein auch nicht doch das ist marys brief ernsthaft ich werde da ich oben bin sind die alle anderen unten und das ist eine gute das ist eine richtig gute palette das war fehler mitkommen naja du kommst mit gucke hier gucke da bitteschön schreie nicht so laut ist doch oben ein fachscht gemacht Oh nee, das war der Fall der Duster. ich sehe ja ja hier sind ballen ich hause ballen die hält mich zu lange auf damit damit ich jetzt allein ich glaube hier unten haben wir einen keller gehabt diese möglich zum kotzen diese mit bist du zum kotzen zum kotzen so zum kotzen gehen wir mal oben gucken dass die jetzt oben alles durch rocken weil ich hier unten wir wollen Hey! Zumal ich dich! Was ist das? Was ist denn da? Was ist denn da? Hoi! 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 Ich habe keine Lust mehr! Da ist bloß noch... Was ist denn hier gar kein Haken? Ich habe keine Lust mehr! 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 Mega! Ich habe keine Lust mehr! Schmeiß um! Los! Schmeiß um! Schmeiß um! Da haben wir hier unten bald keine Balletten mehr! Das ist gut! Was haben wir denn hier? Ja! Dann muss er auch verlieren! Jetzt hätte ich hier wirklich schon in der Palette stehen! Nein, da ist es! Komm schon! 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 Ich weiß gar nicht, wenn ich ihn hinterher jacke! Ah! Oh ja! Hier! Gucke mal! Wer ist denn hier? Aha! Okay! Nein! Haben sie es doch geschafft, die Schweine! Dort ist ein Ausgang und dort ist ein Ausgang! Okay! Ah ja! Shit happens! Oder wie war das? Na raus mit dir! Hutz! 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 Also die sind wir! Absolut nicht meins! Du nicht! Doch, du nicht! Nein, du nicht! Tut mir leid, du nicht! So, gut ist was anderes, ne? Oh ja, mein Gott! Na, nicht immer jemanden davon oder alle rauskommen lassen. Und auf dem liebsten mir gerade in der Arme, entschuldigt bitte. Ne, also nein, 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 ist mir egal, wer was sagt, dass ich ein absoluter Noobkiller bin, ist mir bumms. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Runde von Dead by Daylight Killerline. Bis dahin! Ciao! Ciao!